Zurückgelassen In der weiten Steppe Der Lotz-Mobel-Königreicher Tot geglaubt Vergessen Viele fragten sich, was ist mit ihm geschehen? Wird er jemals zurückkehren? Wird es jemals so sein wie früher? Wird man jemals wieder was von ihm hören? Warum? Wo ist er? Warum kommen keine Videos? Ist Lotz-Mobel vorbei? Ist die Show zu Ende? Nach der langen Zeit Wird es nie wieder so sein wie wir es uns erwünschen? Diese Narren Diese kleinen Hater Es wird so großartig Es wird sowas von großartig Ich hoffe sie haben Es genossen Die kleine Auszeit Das Grübeln Ob ich zurückkehren werde Wie ich zurückkehren werde Die Zeit ist gekommen Lotz-Mobel Lotz-Mobile Braucht wieder App-Gaming-Content Herzlich willkommen Lieber Lotz-Mobel-Spieler oder Spielerin Willkommen hier zum erneuten und endlich wieder inhaltlichen Video zu Lotz-Mobile Ich darf euch heute wirklich voller Euphorie den Content Plan für August und September vorstellen Nach langer Durststrecke die ihr hier auf diesem Kanal erleiden musstet Habe ich es endlich wieder gefunden Mein leidenschaftliches Spielen für Lotz-Mobile habe ich wieder entdeckt Und ich habe einen richtig geilen Content Plan Mit vielen spannenden Streams und vielen spannenden Videos Und zum Teil auch wieder kleinen Tipps und Tricks Videos Oder Videos wo man staunen kann Habe ich euch alles zusammengestellt Ist schon zum Teil sogar vorproduziert Und ab 1. August geht es los Wo es wieder wöchentlich Lotz-Mobile-Content gibt Wenn ihr darauf Bock habt Lasst jetzt schon mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Holt euch was Kühles zu trinken Und genießt einfach meine Vorstellung des Content Plans für euch Für August und September Viel Spaß damit Let's go! Content Nummer 1 Content Nummer 1 den ihr im August oder September erwarten dürft Ist der lang ersehnte und auch oft angekündigte 5 Millionen Heilige Sterne Labyrinth Jackpot Livestream Jackpot Hunt Ein sehr sehr langer Name Aber ihr wisst was gemeint ist Wir machen zusammen einen Livestream Wo wir 5 Millionen Heilige Sterne auf den Kopf hauen Und versuchen den Elite Labyrinth Jackpot zu erhalten Und das wird auf jeden Fall sehr sehr krass und sehr sehr insane Darauf freue ich mich schon sehr Noch als kleine Randnotiz hier Das ist hier keine chronologische Reihenfolge Wie diese Content Inhalte erscheinen werden Das heißt ich werde euch einfach die 10 Content Inhalte vorstellen Und das ist garantiert Dass das 100%ig in diesen beiden Monaten stattfinden wird Aber wann genau das stattfinden wird Ob das eine eher als das andere kommt Das bleibt dann abzuwarten Ein bisschen Spannung soll ja noch gegeben sein Aber das wird 100%ig stattfinden Der Livestream Nehmt euch dafür auf jeden Fall 3-4 Stunden lang Zeit Weil 5 Millionen Heilige Sterne Vielleicht wären es auch ein paar mehr Aber 5 Millionen mindestens Vielleicht wären es auch 6 Millionen oder 7 Millionen Und je nachdem wie viel der Phantomritter Der ja jetzt demnächst kommt An Heilige Sterne abdrückt Und ich denke mal so ein 3 oder 4.000 Ja Heilige Sterne Also Glückskisten Opening werde ich auch noch machen Mal gucken was da alles zusammenkommt Aber 5 Millionen garantiert 5 Millionen garantiert Alles was da drüber ist Natürlich noch besser Aber das wird dauern Und ich freue mich da richtig drauf Ich habe ein gutes Gefühl Ich habe ein gutes Gefühl Ich glaube ich kriege den Labyrinth Jackpot Und selbst wenn nicht Wir haben jetzt schon fast 2 Millionen Gems Und die 5 oder 6 Millionen Heilige Sterne Die werden uns auch nochmal ordentlich Gems geben Also macht euch auch was richtig krasses gefasst Das wird ein sehr sehr geiler Nice Stream Der zweite Content Inhalt Wird eine Vorstellung von all meinen Sets mit deren Prozenten sein Andauernd fragt ihr mich in Livestreams In unserer Line Gruppe oder im Discord Übrigens unbedingt unserem Discord beitreten Ganz unten in der Videobeschreibung Findet ihr unseren Discord Link Dort tauschen sich täglich Lords Mobile Spiele aus Und dort erfahrt ihr immer als erstes Wenn ich irgendwelche Gewinnspiele mache Wenn neuer Content geplant ist Was nun ein Livestream angekündigt wird Und 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 Wenn ich irgendwas Neues von IGG weiß Das ist immer für mich am schnellsten Und am einfachsten im Discord zu posten Das dauert ein paar Sekunden Dort kann ich alle Lords Mobile Spiele direkt markieren Und deswegen dort unbedingt beitreten Aber dieser zweite Content Inhalt Den werde ich definitiv machen Auch zum Ja wie soll man es sagen Zum Festhalten Denn so habe ich mal ein Video An dem ich mich orientieren kann Wenn ich dann in einem Jahr nochmal auf meine Sets schaue Weiß ich was sich verbessert hat und was nicht Und es hat sich ja in diesem Jahr Wirklich einiges an unseren Sets verbessert Also wenn man sich hier allein unser Full Fair Cup Set anschaut Da war so gut wie Anfang des Jahres noch nichts mystisch Und das Mix Set kann sich auch einigermaßen sehen lassen Und mal gucken was bis zu diesem Video Wann ich das auch immer machen werde Was sich da noch tut Und dann erfahrt ihr in diesem Video all meine Prozente Von jedem Set Auch von meinem Forschungstempo Set Von meinem Bautempo Set Von meinem Voodoo Set Dass ihr wirklich alles mal aufgelistet habt Ja von meinem Mix Set Von meinem Angriffs Set Und 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 Damit ihr euch damit mal vergleichen könnt Und dann haben wir es einmal in einem Video Für alle Zeit festgehalten Und ja eure Fragen in dieser Richtung sind dann beantwortet Ich habe wirklich lange überlegt Ob ich diesen Livestream Den ich jetzt ankündige Also Content Inhalt Nummer 3 So früh in diesem Video ankündigen soll Weil es mit der krasseste ist Aber vielleicht sogar nicht mal der krasseste Inhalt Weil es kommen gleich noch wirklich heftige Sachen Ich habe mir wirklich einiges überlegt Ihr habt ja eine lange Durststrecke Und ich will wirklich nur richtig richtig geilen Content produzieren Wo man sich dann wirklich drauf freuen kann Und wo man dann auch wirklich sagt Okay alle 10 Inhalte die nehme ich mit Das schaue ich mir an Und der dritte Inhalt den ich euch präsentieren kann Ist der 4er KVK Crew Livestream Das bedeutet ich werde wieder einige Leute Von denen die ihr auch kennt Ex Killing Speedmember Oder einfach langjährige Lords Mobile Kollegen Hier zu mir nach Hause einladen Und wir werden für euch ein Wochenende Lords Mobile streamen Und mindestens euch 12 Stunden KVK Action präsentieren Mit natürlich der besten KVK Unterhaltung Die es auf YouTube gibt Mit unserer KVK Crew Und wir werden als Community Hier denke ich dann wieder Ein absolut krankes Wochenende haben Und das wird im September stattfinden Soviel kann ich schon sagen Das wird definitiv nicht im August stattfinden Weil der nächste 4er KVK Ende September ist Und da wird euch dann Ja wieder etwas Legendäres präsentiert hier Darauf könnt ihr euch verlassen Also ich frage mich ja Wenn du bis jetzt noch kein Like auf dieses Video da gelassen hast Und kein Kommentar unter diesem Video geschrieben hast Dass du Bock hast auf diesen Content Plan Ich glaube dann hast du nie Lords Mobile geliebt Warum bist du hier? Also Lass einen Daumen nach oben da mein Freund Denn ich habe Bock Und ich versichere dir Das werden 2 richtig geile Monate Und Der nächste 4. Content Inhalt Den ich dir hier präsentieren möchte Das ist eine Herzensangelegenheit Das habe ich mich schon immer mal gefragt Und ich habe schon immer mal Bock gehabt So ein Video zu machen Aber ich habe mir immer gedacht Oder was heißt mein innerer Schweinehund Hat mir immer gesagt Ne du bist eigentlich zu faul dafür Ich werde ihn überwinden Ich werde 5 Millionen Monster Energie Ich werde es wirklich inhaltlich Wirklich festhalten Dass es genau 5 Millionen sind Werde ich investieren Und gucken Wie viele 5er Monster da Man damit killen kann Okay Das wäre jetzt noch kein aufwändiges Video Trotzdem schon interessant Aber es wird natürlich Leider noch ein bisschen aufwändiger Ich werde jedes einzelne Item Was wir Bei diesen Monster Angriffen Bekommen Werde ich aufschreiben In einer Exit Tabelle festhalten Und am Ende Daraus die Wahrscheinlichkeiten berechnen Und diese mit den offiziellen Dorbraten vergleichen Darauf habe ich schon immer mal Bock gehabt Und zusätzlich werden wir dann natürlich wissen Was man bekommt Wenn man 5 Millionen Monster Energie In Level 5 Monster reinbuttert Wir werden das natürlich dann Zu einem Zeitpunkt machen Wo ein sinnvolles Level 5 Monster kommt Von Viante zum Beispiel Ja und das wird denke ich Ein sehr sehr interessantes Video Für mich natürlich Sehr 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 aufwendig zu machen Und wird auch sehr sehr lange dauern Ich werde für euch das in 15 oder 20 Minuten zusammenschneiden So dass es wirklich kompakt ist Und man sich es anschauen kann Und da werden sehr sehr viele interessante Informationen Bei rumkommen Da bin ich mir sicher Und man weiß dann Oder man sieht dann zumindest Was man mit meiner Monster Forschung Und mit meinem Monster Set Mit 5 Millionen Monster Energie So erreichen kann Und was man dort für Belohnungen bekommt Und ob die Dropraten In dieser Stichprobe Wirklich in dem ähneln Die IGG veröffentlicht hat Also sehr sehr interessant Habe ich mega Bock drauf Habe ich wirklich mega Bock drauf Auch wenn es mega aufwendig ist Wie gesagt wollte ich schon immer mal machen Ja und wir werden es tun Der nächste Content Inhalt Content Inhalt Nummer 5 Auch übertrieben krank Ich muss verrückt sein Wer macht sowas in 2 Monaten Ein Livestream Wo wir über 100 Millionen Forschungsmacht pushen werden Und wieder unendlich an Talentkugeln raushauen werden Ich will wirklich Sumpf Ich will alles raushauen Das werden wir wahrscheinlich Nach den 5 Millionen Heilige Sterne Livestream machen Weil dann habe ich noch ein paar Speedups und Gems mehr Für diesen Livestream dann Wirklich über 100 Millionen Forschungsmacht In einem einzigen Livestream Wie gesagt ich muss verrückt sein Wir haben sowas schon mal so ähnlich gemacht Der Livestream ging auch übertrieben ab Ich glaube der ist noch gar nicht so lange her Wie lange ist der her? 4 Monate Ich glaube der mittlerweile über 4500 Aufrufe und 300 Likes Irgendwie sowas war das Ist auf jeden Fall richtig krank viral gegangen Und das hat mich dazu motiviert Nochmal sowas zu verrücktes zu tun Also ihr seid schuld Und das werden wir auch machen Einen absolut heftigen Forschungs-Push Livestream Mit natürlich ergeboten App Gaming Abendunterhaltung dazwischen Das nächste Video ist wieder ein inhaltliches Video Content Inhalt Nummer 6 Wir haben zusammen schon einige Videos über das Cache gemacht Eines der wahrscheinlich viralsten Videos war Was du als Low Cacher Cachen solltest Da waren solche Standarddinger dabei Wie Glückskisten, Paket und so weiter und so fort Zum Beispiel wenn man irgendwann mal T5 haben will Natürlich auch das Bücherpaket Das sollte man sich beides als Low Cacher holen Aber das haben wir halt schon gemacht Das gibt es auf diesem Kanal Und das Video ist auch heute noch immer aktuell Ja das kann man eins zu eins so übernehmen Und ich möchte aber euch mal 10 Pakete vorstellen In einem Video Die ihr nie im Leben Egal was für ein krasser Cacher ihr seid Ja selbst wenn ihr Sugarcane seid Egal was für ein kleiner Cacher ihr seid Selbst wenn ihr nur einen Euro im Monat investiert Diese 10 Pakete solltet ihr nie in Lords Mobile verkaufen Da solltet ihr wirklich euer Geld einfach verbrennen Das ist ähnlich sinnvoll Und das werde ich euch in diesem Video vorstellen Also mal so die andere Seite der Medaille Da habe ich auch ziemlich Bock drauf Und ich denke das wird den ein oder anderen Lords Mobile Spieler So ein bisschen verblüffen Ich werde das natürlich mit Argumenten Ihr kennt mich wie der absolute Lords Mobile Experte Entschuldigung Dann werde ich das natürlich wieder mit Argumenten Euch versuchen so gut wie möglich zu erklären Was ich mir dabei denke Und das wird denke ich auch ein sehr sehr interessantes Video Für den ein oder anderen Das nächste Video Und das darf natürlich in so einem Content Plan nicht fehlen Wir haben zwar schon den 4er KvK Wo es absolute Kriegs Action geben wird Aber Wann habe ich das letzte Mal für euch Ein wunderschönes Kriegs Video zusammengestitten Viele wissen es Ich bin bei den Red Eagles Und die hauen natürlich das ein oder andere Mal Richtig geile Rallys raus Und natürlich wird man hier auch das ein oder andere Mal gefressen Und das werde ich euch beides in so einem kleinen Best of Red Eagles Rallys oder Rallys mit den Red Eagles Wie ich das Video dann nennen werde Weiß ich natürlich noch nicht Aber so ein richtig schönes knackiges Kriegs Video Will ich euch mal wieder zusammenschneiden Wo ich mir so richtig Mühe gebe So ein paar Effekte einbauen Ein bisschen Humor Ein paar Clips Wie ist das Ananas Da habe ich richtig Bock drauf Schon lange kein Kriegs Video mehr für euch zusammengeschnitten Das muss auf jeden Fall mal wieder kommen Und ja Das werdet ihr dann hier Auf dem Kanal Als Content Inhalt Nummer 7 Sehen Content Inhalt Nummer 8 Meine lieben Freunde Wird wieder ein inhaltliches Video sein Und zwar Sobald Eine neue Königreichs Erkundung Also Nicht in 16 Tagen Sondern die danach Sobald die freigeschaltet wird Werde ich an Tag 1 Mir den Goldpass holen Ja Und dann erstmal keine Quest einsammeln Und Irgendwann mal Wenn ich dann Bock habe Dieses Video aufzunehmen Komplett Den kompletten Baum Von Der Weg zum Reichtum Mit meinen Gems durchkaufen Was haben wir dann? Wir haben die Gesamtkosten dann Was das kostet Dann Werde ich versuchen So gut es geht Jede Quest In diesen Erkundungsbaum Zu erfüllen Dann wissen wir also Wenn man die einmal komplett Durchgejampt hat Also mit seinen Kristallen Durchgekauft hat Und dann trotzdem Darauf alle Quests abschließt Oder zumindest Sagen wir mal Bis auf 1,2 alle Ich weiß nicht Ob ich alle schaffen werde Ähm Wie viele Zusatzkisten Man da bekommt Das haben wir dann auch Und ich werde eine kleine Gegenrechnung machen Wenn ich die ganzen Gems rein investiert habe Was ich da alles raus bekomme Ob sich das lohnt Und was ich aus diesen Zusatzkisten bekommen habe Also wieder ein inhaltliches Video Wo man einfach so ein bisschen Ja ein Gefühl dafür bekommt Wie teuer das Ganze ist Was man alles erhält Und da so ein paar Gegenrechenspiele macht Und da habe ich auf jeden Fall auch Relativ Ja interessante Informationen Denke ich für den einen oder anderen Weil ich habe mich natürlich Im Vorfeld mit den einzelnen Videos Die ich hier zeigen will Ein bisschen beschäftigt Und was daran interessant sein kann Und deswegen habe ich hier natürlich auch nur Videos Und Livestreams mit reingebracht Die auch irgendwie Ja Den ein oder anderen überraschen könnten Und ich glaube dieses Video Wird den ein oder anderen überraschen Und das werden wir Als Content Nummer 8 In Einen dieser beiden Monate Ja Veröffentlichen Die letzten beiden Inhalte Auch zum Bild Ich weiß gar nicht Leute Ich bin selbst so gehypt Also das stinkt schon nach Eigenlob Hier mal ein bisschen wieder Back to Earth Des öfteren habe ich natürlich auch schon In den letzten Jahren Mal einen Livestream gemacht Wo ich mir gedacht habe Oder ein Video Ich hätte selber privat Gar keinen Bock Das von Anfang bis Ende zu gucken Sag ich euch ganz ehrlich Frei Schnauze so wie es ist Bei diesem Content Plan Kein Scheiß jetzt Leute Ich bin selber so gehypt Auf diesen Content Plan Ich habe Bock auf jedes einzelne Video Oder Livestream Und Ja ich bin selbst überrascht Wie kreativ ich auf einmal war Wo ich mich jetzt ein paar Stunden Hingesetzt habe Und mal die letzten Tage überlegt habe Was kannst du für deine Community wieder Geiles bringen Geilen Inhalt Wo du selber Bock drauf hast Wo die Leute Spaß bekommen An Leute vorbeizocken Und da ist dieser Content Plan entstanden Und ich muss selber sagen Geil Also einfach geil Jetzt habe ich euch wieder eine Minute zugequatscht Und ihr wisst nichtmals Was Content Inhalt Nummer 1 Nummer 1 wisst ihr Nummer 9 ist Und zwar Ist Content Inhalt Nummer 9 Ein Best of Aus Fast allen Releys Ich sage jetzt mal Fast allen Releys gegen mich Weil ich mir nicht sicher bin Ob ich alle Releys finde Das würde wahrscheinlich Monate dauern Weil es mittlerweile so viele Videos Und so viele Livestreams gab Wo ich gerellied wurde Das sind nicht mehr 10 oder 15 Sondern das sind schon 30 oder 40 Wo ich gerellied wurde Und zum Teil halt auch gelohnt wurde Und ich glaube nicht Dass ich davon alle wiederfinden werde Aber ich werde den größten Teil davon wiederfinden Und werde daraus ein Best of schneiden Das wird natürlich nicht so gut für mich enden Weil viele dieser Releys gegen mich Wie jetzt auch gerade die, die ihr hier seht Suboptimal sind Um es mal wirklich mit einer rosa-roten Brille zu formulieren Aber für euch denke ich wieder mal ein Chuck Gusell Video wird das Ein Chuck Gusell Video, wo ihr euch über Appgaming lustig machen könnt Und ich mich mit euch zusammen über Appgaming lustig mache Aber es wird auch die ein oder andere sehr sehr gute Rallye Oder beziehungsweise nicht sehr sehr gute Rallye Sondern sehr sehr gute Dev dabei sein können Und wir haben uns neben die Rallye Und zum Beispiel Und bei euch mit euch mit euch Und damit im Guten Tag Erechter mit dem Polizeipräsidiom Dortmund Möller Brücke Ja, mein Name ist Krüger und ich muss etwas melden, etwas Dringendes melden. Appgaming tut es schon wieder. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie wissen schon, worum es geht. Sie müssen unbedingt, dringend, direkt bei den Herrn Krüger vorbeifahren. Er tut es wirklich schon wieder. Er hat es wieder vor. Obwohl er andauernd genullt wurde. Obwohl ihn seine Community wirklich niederträchtig unter die Gürtellinie gemobbt hat deswegen. Er tut es wieder. Er will es wieder tun. Noch größer als je zuvor. Er lernt nicht aus seinen Fehlern. Bitte helfen Sie ihm. Bitte helfen Sie ihm. Er möchte 40 Millionen Truppen in einen Livestream pushen. Können Sie sich das vorstellen? Sie müssen sofort, sofort das SEK alles zu ihm schicken. Das muss verhindert werden. Unbedingt. Ja, Leute. Ihr habt richtig gehört. Content-Inhalt Nummer 10. Ein Livestream, in dem ich 40 Millionen Truppen pushen werde. Spätestens jetzt, wirklich, wenn du keinen Like dagelassen hast, für diesen Contentplan, auf dieses Video, deabonnier den Kanal. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Dortz-Moga-Zocken. Aber hier bist du definitiv falsch. Das ist... Ich enjoy das selber so sehr und freue mich so sehr auf die Livestreams und Videos mit euch. Ich freue mich so sehr, euch diesen Content präsentieren zu können, dann, wenn er wirklich dann live geschaltet wird, nach für nach. Und ja, lasst uns eine geile Zeit haben und Spaß haben beim Dortz-Moga-Zocken. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das war meine Präsentation hier für den Contentplan August und September für euch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Vorfreude wie ich, auch wenn das wahrscheinlich kaum möglich ist. Aber wir werden uns einer sehr, sehr guten Abendunterhaltung anschließen und diese genießen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video oder Stream. Spätestens Anfang August geht es los. Ciao, ciao. Euer AppGaming.